Sehr verehrtes Publikum, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Eine weitere Folge in BrickRicks mit dabei, der gute Bruce. Einen wunderschönen guten Tag, Abend oder was auch immer. Habe ich gerade ein bisschen reingejault, dein Name, ne? Ja, ja, Bruce. Ich schaue gerade voll durch dein Kanonenrohr durch mein volles Optik. Das ist voll nice, wie man da durchfliegen kann, ne? Okay, ihr seht, wir haben beide Raketenwerfer. In der letzten Folge waren wir Sniper im Weltall. Und in dieser Folge möchte ich mit Bruce eine kleine, ja, Raketenwerferjagd machen. Durch die Stadt. Und ich würde sagen, wer als erstes fünfmal stirbt hat, verloren. Okay, du zählst. Ja, wir... Das gibt ja ein Scoreboard, glaube ich, irgendwie. Ja, und ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal darüber. Auf den Bergzug, wobei wir können fliegen. Fliegen wir erstmal über den Berg da drüber. Und treffen uns ja an der Spitze. An der Spitze vom Berg? Ja, hier oben. Oh, fuck. Wo willst du hin? Wir müssen irgendwo einen Startpunkt festlegen. Ich bin ein Ninja. Ja, okay, wunderbar. Okay, fliegst du mal mit mir in diese Richtung hier? Wo ich gerade langlaufe? Ja. Okay. Und jetzt ist da so ein Gebäude. Das mitten im... Das größte Gebäude ever so. Ja. Da oben drauf landen. Feuer! So. Nein, aber warum denn ich? Oh nein, das war so klar. Nein, ich wollte Feuer machen, nicht Feuer. Ach so, Feuer machen, ja. Ach, jetzt super. Jetzt muss ich wieder da hinfliegen, ey. Taddeus, voll voll. So, zack, bin ich wieder. Arsch. Warum musst du denn da hier hinfliegen? Ich bin direkt hier. Ja, ich habe Backspace gedrückt, statt Steuerung. Okay, also von hier aus würde ich sagen, wir springen beide auf einer Seite. Wir springen, doch, wir springen runter. Ja, ich will nur gucken, wie du aufschlägst. Wie, was, wie, was? Ja, springen. Ja, ja, vom Boden drück ich natürlich F. Ich springe auf der anderen Seite runter. Genau. Nee, springen. Warum soll ich nicht springen? Ja, ich mache jetzt einfach noch ein bisschen eine Possible-Eiter. Okay, let's go, alles klar. Aber drück F, bevor du am Boden bist, sonst bist du tot. Ich bin nicht tot, ich bin nur aufs Bach gesprungen. Okay, ich bin unten. Let's go. Okay. Bist du unten am Boden? Weich? Jetzt bin ich unten. Okay, alles klar. Wir, wir schleichen um dieses Gebäude rum. Ja, aber sonst in der Stadt, glaube ich, verlaufen. Wenn du jetzt da irgendwie los rennst, finden wir uns nie wieder, Mann. Okay. Das ist, was ich meinte. Ich glaube, das wird einfach sonst zu, zu schwer, ey. Ja, dann, äh, los. Ja, ja, ich bin schon, ich suche schon. Ach so. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich, äh. Alter, was ist denn hier los? Ich finde es auch geil, wie auf einmal tot still ist. Als ob es irgendwas zu verlieren gibt. Ja. Minigame. Wie einfach in der Ecke rumhockt und sie nicht bewegt, ey. Klingt doch gar nicht. Doch, ich sehe dich doch. Ich bin mir nicht dagegen. Ja, gut, wenn du mich siehst, dann okay. Peace. Nee, ich lasse ihn noch ein bisschen nehmen. Hey, warte, Alter. Wir sind schon mal im richtigen Gebäude, oder? Ich meine, wir sind ein Gebäude, wo du... Ah, hallo. Okay, okay, okay. Okay, das ist auf die Fresse. Oh, da mit... Ah! Leichte Panik. Wow, wow, es war so klar, ey. Es war so klar, Alter. 1-0 für dich, Mann. Weiter geht's. Alter, ey. Darf man auch den Fahrstuhl nach oben benutzen? Ja! 1-1, Alter. 1-1. Ja, du hast gesagt, ich soll Steuerung R drücken. Du kannst doch nicht an der selben Stelle... Doch, du hast gesagt, Steuerung R soll ich drücken, Mann. Kein Plus. Nein, nein, alles Lügen, Mann. 1-1. Wo ist er? Sag mal, fliegst du gerade? Nee. Okay. Ist ja auch unfair. Wow, wow, Alter! Au, 1-1. Okay, mit den Resports gehen wir ein Stück weg, ja? Ich lauf weiter. Nee, no shit, Alter. Sherlock. So, ich bin wieder auf. Okay, ich bin weg. Weg? Glaube ich. Weiß es nicht. Au, ich seh nicht. Ja, warum kann ich mich schießen? Weil du nicht nachgeladen hast. Leute, Tatsache, hä? Au. Habe ich dich erwischt, oder was? Damage. Au. Ich schieße ja nur auf die Ecke. Ja, hör auf, diese arme Ecke. Komm rum, da. Okay. Wow, das war mir so klar, Alter. Wie bist du denn so schnell um die Ecke gekommen? Ich bin gerannt. Du hast mich nicht getroffen. Habe ich das erste Mal auge sagt? Ja, ja, du hast mich ausgedreht. Ich habe es schon gemerkt. Ich habe es schon gemerkt. Äh, wow. Wow, wow, wow. Zwei, zwei Zweifel, was ist das hier? Ich habe es schon wieder vergessen. Äh, 2, 2, 1. Du bist gar nicht gestorben. Ich bin gerade gestorben. Wow, 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 wow. Ich bin aber gerade gestorben. Nee, du wurdest doch nur gehittet. Nee, nee, ich bin gerade respawnt. Ich muss respawnt. Hey, dann habe ich Track verloren. Also, du hast drei und ich habe vier Kills irgendwie. Was? Nein, wie denn? Das steht auf dem Scoreboard. Es gibt ein Scoreboard? Ja, Escape und ein Scoreboard. Boah, Alter, was? Boah, Luke. Hast du das ganze Gebäude in die Luft gehalten hinter mir? Du, die Hütte ist weg. Ah, das zählt nicht noch. Okay, aber wo ist die ein Scoreboard? Escape und du klickst da oben links auf Scoreboard. Ja gut, aber wir haben uns doch schon vorher abgeknallt, Mann. Ja, gut, stimmt. Das zählt doch nicht. Nee, ich sage ja nur, das Scoreboard funktioniert so nicht. Das Ganze. Okay. Okay, jetzt haben wir halt, was machen wir jetzt? Neues Location oder was? Wir haben ja das hier weggespringen. Neues Location. Ja, komm, wir gehen mal um die Häuser. Ah, es gibt auch Wälder. Es gibt ja auch so, jetzt habe ich gerade mein Mikro angesput. Auch nicht schlechte. Ich habe nur so die Spucke fliegen gesehen, weil ich so geil bin. Ah, da vorne hier. Guck mal, was ist der Wald? Das ist der Wald, mitten in der Stadt. Naja, es gibt auch so einen kleinen Minipark. Die hier sind es gar nicht, die Bäume. Alter, wat? Ich wollte die Zaunrecht sprengen, aber liegen nicht. Okay, okay, ich fliege mal ein bisschen. Ich suche mal diesen... Da, habe ich gefunden. Flieg du mal ein bisschen rum. Ja, es gibt so... Da gibt es mehrere Bäume. Also du bist schon noch... Ja, ja, neben... Nee, nee, ich bin ein Stück weiter weg. Da ist so ein großes Parkhaus, das offen ist an den Seiten und daneben. Da sind lauter Bäume auf der Straße, an der neben der Straße. Und da ist es halt schwieriger durchzuschießen. Was, dann? Ich bin gespawnt. Sehe ich nicht. Also ich bin nicht bei dir gespawnt, sondern in der Nähe von den Bäumen. Wir suchen uns jetzt. Okay, aber hast du noch eine Ahnung, wie viel er schossen hat so? Nee. Ich nehme mich auch nicht, man. Ich bin so ein Nooper. Ich glaube, du führst 3-1 oder so? Keine Ahnung. Ich hoffe, du rennst bei demselben Bäumen, warum bin ich? Die Reflexion im Fenster ist ja geil. Du siehst halt nur die Hände und den Raketen. Wie viele Bäume siehst du denn? Eins, zwei, drei. Ich sehe dich aber nicht. Das ist ein Ralf. Jetzt sehe ich dich. Okay, hier ist auf jeden Fall jetzt wieder der Deck. Oh, ich... Oh, dammit. Okay, weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Siehst mich nicht, Mann. Ich bin der satt. Sieh dich ich nicht. Weil du nicht mehr da bist. Lauf, Porsche, lauf. Nein, hey, das war... Du hast mir respawnt. Das kannst du nicht bringen. Ach, die zwei Meter, Alter. Was das denn für ein Shit hier? Skandal, Alter. Ich dachte, wer hat ja genau dasselbe gemacht. Ja, ich wurde dazu gezwungen. Genötigt wurde hier gerade. Genötigt? Voll die harte Nötigung hier. Boah, Alter, was? Die nötige Hartigung. Ja, du, Alter. Noob. Oh, Leute. Ich muss mich denn jetzt da hin, Alter. Ja, warum laufst du denn zu mir? Hau ab. Hallo. Nein! Haben wir jetzt Fall gekillt? Nee, ne? Nee. Ach, Scheiße, Mann, ey. Noob. Noob. Ich muss nachladen. Lass mich rennen. Okay, ich lass dich rennen. Mann, ey. Hallo? Hallo, ich hab auf den Baum geschossen, ja? So wie du. Was? Das gibt's doch nicht, Mann. Ey, wie kann... Was? Leute, der hackt doch. Nee, ich spiel einfach zu viel Battlefield. Oh, Alter. Kann doch nicht sein, ne? Doch, kann sein. Ich hab mehr Battlefield gespielt. Der regt mich ja gar nicht auf, hier, die Scheiße. Ey, schieß immer zu tief. Warte, vielleicht schieß mal auf die Hauswand und guck mal, wo du hinziehst und wo du eigentlich hinschießt. Ja, dann weißt du, wie du das einstellen musst. Okay, ich schieß mal in die Hauswand. Ja, hab ich getroffen. Gut. Also, ich ziel immer so, pass mal auf. Jetzt erzähl mir nichts, wie du zielst. Das ist ja... Das kann jetzt ja nicht sein, dass du mir jetzt erklären musst, wie man hier schießt in dem Spiel. Das ist ja wohl die absolute Höhe. Also, ich will mal sagen, ich hätte eigentlich schon längst gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Nicht? Wahnsinn, ey. Gibt's doch nicht. Baum getroffen, ne? Baum. What the... Das war knapp. Oh, nice. Der war nice. Hm, Nose-Go. Zielst du überhaupt? Ja, ja, ich zieh schon, ja. Ah, okay. Endlich mal getroffen, Leute. Ich wollte schon die Aufnahme abbrechen. Oh! Ich wollte schon die Aufnahme abbrechen, weil ich so Sacke, Alter. Weil ich so scheiße bin, ja. Ey, hab ich dich nicht getötet? Nee, du hast doch einen Meter vor mir geschossen. Ich hab keine Munition. Wir lauten. Oh, shit. Das ist irgendwie bei einer selber abgeknallt. Oh, nein! Er erinnert mich ja gar nicht hier, dass ich die ganze Zeit am Verlieren bin, Mann. Ich bin ein guter Verlierer. Alter, was? Ey, ich bin super schrock, Mann. Hau ab damit, ey. Hau ab damit. Hallo. Geh weg! Das ist meine neue Taktik. Die Nachlade- und Draufrenn-Taktik. Da treffe ich wenigstens. Okay. Oh, genau. Siehst du ja? Und ich würde flüchten. Das ist meine neue Taktik. Ja. Scheiße, wenn ich dann auch mal, ne? Na, aber du hast mich doch gar nicht getroffen. Das stimmt doch gar nicht. Hey, ja, hallo. So geht's auch, oder? Ich muss nur nachladen. Kann ich einfach hier. Geht doch nicht, Alter. Woher willst du denn? Oh, ich hatte keine Muni. Ach, ja, ey. Ja, unentschieden, oder? Einfach, eindeutig. Ja, 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 ja. Unentschieden, Mann. Das Scoreboard. Alles. 16 zu 8. Ja, für mich natürlich. Das Scoreboard mache ich gar nicht auf. Das brauche ich gar nicht angucken. Ich weiß, dass ich gewonnen habe. Wo ist er denn? Wo bist du denn? Oh, es war so, ey. Hinterrücks. Wie so ein Nazi-Sniper, Alter. Das war hinterrücks. Ach, du standest doch auch gerade hier oben. Jetzt hält mir doch nichts. So, du warst. Jetzt bist du mir auch nicht so dasselbe. Den Nahrer, Alter. Oh, gell. Kann nicht wahr sein, ey. Na, warte. Na, warte. Ah, okay. Oh! Wo ist er, wo ist er? Du! Oh, beinahe. Wie er sich einfach rum portet. Ich mach's fairer. Ich benutze die Pistole. Ja, du triffst aber doch gar nichts, ne? Ja, aber ich habe einen Schuss, ne? Das ist natürlich fair, dann. Ja, aber deiner geht halt instant, wenn du mich triffst. Ja, aber ich muss dich halt erstmal treffen. Guck mal, wie du bewegt sie, Alter. Au, du bist gemein zu mir. Du bist voll gemein, Mann. Du bist hier voll am rumcheaten. Du bist voll gemein. Du bist voll am rumcheaten. Warte, 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 warte. Brockechall, Brockechall. Okay, ich gebe es auf. Du hast gewonnen. Warte, ich wollte dich gerade aufheben hier. Wie, du musst du aufheben? Immer tot. Alter, warum denn, ey? Warum, lass mich doch mal leben, hier, Alter. Warte, ich will dich aufheben. Ja, dann heb mich auf. Ich hab deine Knarre aufgehoben. Na, danke. Na, warte, warte, lass mich doch... Was ist los mit dir, Alter? Du bist so aggressiv, aber mal, ey. Man muss dich die ganze Zeit umbringen, ey. Das ist doch gar nicht, ey. Mann, ey. Das ist doch gar nicht, ey. Ja. Bloß, danke. Wir hassen uns ja nicht. Wir hassen uns ja nicht. Wir sind ja Freunde. Das ist... Das gehört einfach zum Spaß dazu. Au. Au. So, jetzt töte mich mal. Komm. Komm, 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 komm. Töte mich, töte mich, töte mich. Ich muss nachlehen. Sorry. Töte mich, töte mich, töte mich. Ah! Er muss so ausmachen. Ah, Alter. Rambo-Style. Stavina, ey. Rambo. Oh, krass. Hat mich oder erwischt. Also, jetzt ist es vorbei. Ich habe genug auf die Fresse bekommen heute. Danke, danke fürs Töten, Bruce. War super. Gerne. Und, ähm, falls euch gefallen... Oh, ist das ein Zivilist. Schnell die Waffe wegnehmen. Guten Tag. Es ist so albern, oder? Nein, ich weiß nicht, damit recht ist. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wissen Sie, wissen Sie was? Das ist ein Fünfer im Boden. Was? Da. Schau mal da runter, das ist ein Fünfer. Wo? Da. Okay, also war super lustig. Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe. Holy shit. Du hast aber keine Sonnestahlsfläche. Holy shit. Holy shit. Mitterit. Meteori. Ja, war super lustig, Mann. Ich lösche dich, Alter. Ja, wir werden, wir können auch gerne mal Feuerwehr zusammen spielen. Also, wenn ihr sagt, mit Bruce zusammen zu spielen, macht Laune, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Danke dafür. Und, ähm, es gibt so viele Brickes, was wir machen können. Schreibt eure Ideen mal in die Kommentare. Komm näher. Ja, bitte. Nee, nee, ich kann nicht mehr weiter ran. Mehr geht nicht. Warte, vielleicht können wir uns so, können wir, können wir uns küssen? Kannst du mal ein bisschen? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen näher ran. So, warte mal so. Was hier? Ja. Unsere Köpfe. Wir haben uns wortwörtlich die Kante gegeben. Okay. Ich schaue mir ordentlich auf den Schniedel. Haut es da rein. Macht's gut und danke, dass du dabei wart. Ciao, ciao, Leute. Ciao, Bruce. Bis zum nächsten Mal.